Mitten aus dem Leben. Heute, das Paket. So, hier, Müller. Hallo, bin ich hier richtig bei Schneider? Ja. Schön. Ach nein, Müller. Ja. Ich habe hier ein riesengroßes Paket für Sie. Oh. Sehr schön, nicht wahr? Ja. Können Sie einmal hier noch ein Autogramm geben? Ja, Müller erstes, okay? Okay, vielen Dank. Tschüss. Schönen Tag noch, ne? Ja. Wir haben ein Paket bekommen. Ein riesengroßes. Ach nein. Ah, sicher wie eine Unterhose, wahr? Hat jemand was bestellt? Nein, eigentlich nicht. Na, ich mach's mal auf. Ja, mach mal auf. Was ist denn dit? Oh, was ist das? Gott, ist dit niedlich. Was hast du gesagt? Ich würde et am liebsten streichelchen. Ja, ich auch. Ach, guck mal, was er gemacht hat. Ja, fein. Fein hast du dit gemacht. Oh, können wir den behalten? Ja, den behalten wir. Na, gerne doch. Wie wollen wir ihn nennen? Wie wollen wir ihn nennen?